Lord Hagen will mit Urshak, dem Anführer der Orks, im Minental verhandeln. Urshak befindet sich auf einem Berg ganz in der Nähe der Burg. Um aber mit ihm sprechen zu können, benötige ich einen Gegenstand, der mich vor den Orks schützt. Am besten eignet sich hierzu ein Ulu-Mulu. Dieses Ulu-Mulu könnte ich von einem Ork namens Tarok bekommen, der einst in der freien Mine als Sklave gearbeitet hat. Ja, aber natürlich, den kennen wir. Das war doch, oh ja, das unten irgendwie da... Berichtigt mich, wenn das nicht Tarok war. Ich kann mich noch nicht tarik. Ich kann mich nur auf, oh ja, das war doch nicht.